Moin, Matteo hier. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich zum Jahresgala-Konzert von der Lübbingmusikakademie einladen. Das ist in der Leisthalle am Sonntag, 3. Oktober um 11 Uhr hier in Hamburg. An diesem Tag spielen wir eine Komposition von mir. Es heißt Tres y Cuatro für Schlagwerk Ensemble. Das Stück ist basiert auf rhythmischer Spielerei und zahlreichen Taktartwechseln. Akzente, Geschwindigkeit, Effekte, Dynamik und vor allem viel Rhythmus sind Eigenschaften euch zu begeistern. Ich würde mich sehr, sehr freuen euch dort zu sehen. Hier unten lasse ich euch den Link, um ein Ticket zu kaufen. Genau, und warte mal kurz. Habt ihr schon mein neues Album angehört? Naja, wir sehen uns. Hasta la vista.